In Haiti sind erneut tausende Menschen gegen Präsident Jovenel Moïse auf die Straße gegangen. Die Demonstranten in der Hauptstadt Port-au-Prince werfen dem Staatschef vor, eine neue Diktatur aufzubauen. Außerdem kritisieren sie die Unterstützung seiner Regierung durch die USA. Die Opposition argumentiert, dass das fünfjährige Mandat von Moïse regulär am vergangenen Sonntag hätte enden müssen. Der Präsident hingegen gibt an, dass er bis zum Februar kommenden Jahres gewählt sei. Dieser Sicht schloss sich kürzlich das US-Außenministerium an. Die Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Jovenel Moïse ist nun zu Ende. Und so bitten wir die Vereinigten Staaten, insbesondere ihre Botschaft, unsere Demokratie zu respektieren. Die Proteste blieben weitgehend friedlich. Vereinzelt setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse gegen Demonstranten ein. Moïse gewann 2016 die Präsidentschaftswahl. 2017 wurde er vereidigt. 2018 sollten Parlaments- und Kommunalwahlen abgehalten werden. Sie fanden allerdings bis heute nicht statt. Seit einem Jahr regiert Moïse per Dekret, weil es derzeit kein Parlament gibt.